Heinz Hönig kämpft sich langsam, aber sicher zurück ins Leben. Dabei hatten selbst die Ärzte bereits jede Hoffnung aufgegeben. In den Fluren eines Berliner Krankenhauses spielt sich eine Geschichte ab, die vermutlich das Herz eines jeden Hollywood-Drehbuchautors höher schlagen lassen würde. Punkt der Grund, Heinz Hönig befindet sich auf dem Weg der Besserung, und das, obwohl die Ärzte anfangs nur wenig Hoffnung hatten. Der Ex-Dschungel-Kämper hat eine Odyssee durch die medizinische Welt hinter sich. Nach einer erfolgreichen Operation an der Speiseröhre steht nun ein weiterer entscheidender Eingriff an der Aorta bevor. Doch bevor es an diese Herausforderung geht, muss der Schauspieler erst einmal kräftiger werden. Seine Frau redet Tachels, an seiner Seite, seine Frau Annika Kerstin Hönig, die mit den beiden Kindern nach Berlin gezogen ist, um ihrem Mann beizustehen. Punkt die Situation ist belastend, nicht zuletzt wegen der finanziellen Herausforderungen, denn Hönig ist nicht krankenversichert. Punkt ein Spendenaufruf des Musikers Ralf Siegel hat geholfen, die Kosten zu decken. Und dann kam der Durchbruch. Heinz Hönig darf das Krankenhaus bald verlassen. Das Entfernen der Trachealkanue war ein Meilenstein, auch dafür, nach Hause zu dürfen. Punkt das Heinz diesen Schritt, vor allem auch in diesem schnellen Tempo gemeistert hat, haben wir dem spezialisierten Team der Pneumologie zu verdanken, erklärt Annika gegenüber Bild. Die Ärzte hatten zu Beginn keine Überlebenschance für Hönig gesehen. Doch Annika ließ sich nicht beirren. Er nahm das Wort aussichtslos in den Mund. Da bin ich aufgestanden und habe ihm gesagt, solange mein Mann atmet und noch Blut durch seine Venen fließt, ist nichts aussichtslos. Mehr als 100 Tage später geht es Heinz Hönig von Tag zu Tag besser, und er trotz der ärztlichen Prognose. Punkt dennoch steht eine wichtige Operation an seiner Aorta bevor, um überhaupt gesund zu werden, wie Annika erklärt. Punkt die Durchführung ist davon abhängig, wie schnell sich Heinz erholen und sich sein Zustand stabilisieren wird. Punkt seine Familie hofft, Heinz noch vor seinem 73. Geburtstag am 24. September zu Hause begrüßen zu können.